Hallo liebe Fundraiserinnen, hallo liebe Fundraiser, hallo liebe Leser von sozialmarketing.de. Ich begrüße euch heute aus Indien, der ersten Station meiner Weltreise. Und ich habe das ganz besondere Vergnügen, heute aus Indien heraus eine Organisation meiner Wahl vorzustellen, die ich für ganz unterstützend wert halte. Ich musste ehrlich gesagt nicht sehr lange überlegen, welche Organisation es sein wird. Ich habe mich für die Plattform und den Verein foodsharing.de entschieden. Eine Organisation und eine Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensmittelverschwendung in Deutschland einzugrenzen und darüber auch zu informieren, dass Lebensmittelverschwendung in Deutschland und in der ersten Welt ein massives Problem ist. Das Konzept von foodsharing.de ist relativ simpel erklärt. Es geht darum, zwei Personen zusammenzubringen. Die eine Person, die ein Lebensmittel übrig hat und die andere Person, die dieses Lebensmittel gebrauchen könnte. An einem einfachen Beispiel einer umgeöffneten Packung Milch gesagt, Wir kennen die Situation alle vorm Urlaubsschwendung fest, wir haben noch eine Packung Milch, übrigens normalerweise würden wir sie wegschmeißen, ohne lange darüber nachzudenken. Foodsharing.de bietet hier eine Lösung und eine Hilfe an. Man kann diese Packung Milch einfach unter meiner Stadt, in der ich lebe, einstellen und eine andere Person in meiner Stadt oder in der Umgebung meiner Stadt kann sich diese Packung Milch abholen auf einem vereinbarten Standort oder bei ihr zu Hause. Und somit werden keine Lebensmittel mehr verschwendet. Warum ich diese Idee so unterstützenswert und auch genial finde, diese Plattform ist, liegt relativ klar auf der Hand. Lebensmittelverschwendung in Deutschland und in der Ersten Welt steht im direkten Zusammenhang mit Lebensmittelknappheit in der Dritten Welt. Wie gesagt, ich befinde mich gerade in Indien, wie man auch gleich hoffentlich sehen kann. Und leider sind hier immer noch 200 Millionen Menschen täglich von Lebensmittelknappheit betroffen. Und wir schmeißen in Europa so viel Lebensmittel weg. Allein in Deutschland werden 30% aller Lebensmittel unverbraucht weggeworfen. Es sind 82 Kilo pro Person pro Jahr. Und foodsharing.de bietet da eine Lösung an, diese Zahl etwas zu verkleinern oder hoffentlich irgendeines Tages auf Null zu bringen. Ich hoffe, auch ihr findet es unterstützenswert, wie schon 30.000 aktive Nutzer von foodsharing.de. Und seit Mai 2013 wurden insgesamt 5600 Lebensmittelverschwendung getauscht. Das sind ungefähr 24.000 Kilo Lebensmittel. Und das ist eine großartige Sache und ich hoffe, auch ihr findet diese Idee unterstützenswert. Ich wünsche euch allen in Deutschland, allen Fundraisern, allen Lesern von sozialmarketing.de eine wunderschöne Weihnachtszeit, ein wunderschönes Weihnachtsfest, ein frohes neues Jahr, viel Glück für das neue Jahr. Und dem Macher von sozialmarketing.de möchte ich ein ganz großes Lob aussprechen. Auch aus Indien heraus macht es mir ganz viel Spaß, euch zu verfolgen, auf dem Laufenden zu bleiben. Macht bitte weiter so, auch im nächsten Jahr. Liebe Grüße aus Indien, macht's gut, auf Wiedersehen. Vielen Dank.